Ich werde euch heute mal meine beste Aktie des Jahres 2020 vorstellen. Oder besser noch getitelt, meine beste Aktie, die ich jemals überhaupt besessen habe von der Kursentwicklung her. Plus 420% habe ich mit einer Aktie gemacht und das noch nicht mal in einem Jahr, sondern eher so in ca. 9 Monaten. Wie ich genau dahin gekommen bin, wie ich die Aktie gefunden habe, welche Gedanken ich mir dabei gemacht habe und was ich vor allem jetzt mache mit einem so tollen Gewinner, ob ich die Aktie vielleicht verkaufe und die Gewinner auch mitnehme, das möchte ich dir in diesem Video einmal verraten. Und zwar werde ich dir gleich natürlich auch sagen, um welche Aktie es genau sich handelt. Allerdings möchte ich erstmal ein paar Sachen zuvor dir sagen, was ich so an Gedanken hatte zu der Aktie oder wie ich da hingekommen bin, dass ich die Aktie überhaupt auch so lange halte. Denn früher war es eher so, dass ich immer hingegangen bin und habe Aktien eigentlich ziemlich schnell, wenn sie im Gewinn waren, waren eben geschlossen. Also ich habe also Gewinne mitgenommen, indem ich Aktien verkauft habe. Und auf der anderen Seite habe ich eben die Verlustaktien, die Loseraktien so gesehen, die habe ich einfach so lange behalten, bis die im Plus stehen. Das hat teilweise nicht funktioniert, in den meisten Fällen hat es sogar nicht funktioniert, denn diese Aktien kommen für gewöhnlich fast gar nicht mehr nach oben oder nur ganz selten. Und das hat mich irgendwann zum Nachdenken gebracht und so bin ich eben seit ein paar Jahren mittlerweile schon auf einer ganz anderen Strategie unterwegs, habe aus den alten Fehlern gelernt und bin jetzt eben an so Aktien gekommen, wie die Aktie, die jetzt eben bei plus 420% steht. Denn ich gehe mittlerweile hin und mache das Ganze eigentlich genau andersrum, kann man sagen. Also ich nehme die Aktien, die eben nicht so gut gelaufen sind, wo vielleicht die Investmentidee auch nicht mehr so passt, die nehme ich aus dem Spiel, ja, also die mir sowieso schon Verluste beschert hat, soll mir dann auch nicht, diese Aktie soll mir nicht weiter Verluste bescheren. Und die Aktien, wo ich, ja, groß im Gewinn drin bin, ja, warum sollte ich die großartig verkaufen? Wenn doch die Idee noch stimmt, wenn das Management noch in Ordnung arbeitet, wenn fundamental das Unternehmen noch gut dasteht, wenn die Wachstumsprognosen immer noch intakt sind, ja gut, dann nehme ich das Momentum doch mit und dann lasse ich auch eine Aktie stehen, die dann vielleicht mal bei 100, 200 oder sogar, ja, wie in diesem Video hier, 420% steht. Das ist auf jeden Fall eine Lektion, die ich damals gelernt habe, dass man, ja, Gewinne laufen lassen muss, Gewinne ohne Ende einfach laufen lassen muss und die Verluste reduzieren muss. Man weiß ja, eine Aktie kann maximal 100% fallen, aber sie kann eben mehr als 100% steigen. Und genau das muss man sich eben zunutze machen. Man muss auf die Aktien setzen, langfristig, die dann auch steigen, die dann mehr als 100% steigen. Das geht meistens natürlich nicht in 9 Monaten. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das werde ich auch gleich nochmal sagen, das hat auch viel mit Glück zu tun und hat da auch einen sehr, sehr glücklichen Umstand, wie ich gleich noch erläutern werde. Aber normalerweise ist das eine Sache von Jahren, vielleicht von 5, 6, 7, 8 Jahren, dass man irgendwann mal eine dreistellige Rendite auch hinbekommt mit einer Aktie durchaus. Und dann sollte man die eben nicht verkaufen, wenn noch alles andere intakt ist. Nur weil alle sagen, okay, die Aktie ist überbewertet. Schmeiß die Aktie weg. Nein, auf gar keinen Fall behalten. Hat auch steuerliche Gründe. Denn wenn du natürlich steuerlich was verkaufst, also wenn du deine Aktien verkaufst, musst du natürlich auch immer bedenken, dass du auf die Gewinne Steuern zahlen musst. Also auch da natürlich ein Grund, die Aktie auch einfach zu halten. Dem Steuerstundungseffekt quasi weiter wirken zu lassen und so viel wie möglich an Kapital vor Steuer für dich arbeiten zu lassen. So, und jetzt habe ich genug geredet und ich möchte mal auch langsam sagen, welche Aktie ich denn hier meine. Und zwar ist das die Zoom Video Communications Aktie. Ja, ich denke mal, die meisten unter euch wissen jetzt auch, welche Aktie gemeint ist. Die Zoom Aktie und viele wissen auch, dass die extrem gut gelaufen ist in den letzten Monaten. Und gekauft habe ich diese Aktie damals am 12.02.2020 zu einem Kurs, jetzt alles in Euro mal umgerechnet, zu 80,40 Euro. Gut, und heute stehen sie eben bei 421 Euro. Und ja, das ist natürlich eine bombenmäßige Entwicklung, gar keine Frage. Allerdings muss man auch zugeben, oder muss man wirklich, ja, muss ich zugeben, dass das Ganze natürlich auch irgendwo mit Glück zu tun hat. Denn am 12.02.2020, da standen wir ganz kurz vor dem Corona-Crash. Und als das Ganze natürlich dann gecrasht hat, dann ist die Zoom Aktie, ja, nicht direkt nach oben geschossen. Aber kurz danach wissen wir, dass Zoom einer der großen Profiteure der Corona-Krise war und natürlich extrem an Wert zugelegt hat. Weil ganz einfach diese ganze Digitalisierung, Globalisierung oder, ich sag mal, die Globalisierung via Digitalisierung extremen Schub bekommen hat durch diese Pandemie. Das wissen wir ganz einfach selber, dass wir viel mehr online gemacht haben und so weiter. Und die Zoom Aktie hat natürlich extrem davon profitiert. Ich muss aber sagen, nochmal einen Schritt zurück, warum ich die Zoom Aktie gekauft habe, letztendlich, war einfach, weil damals meine Frau, die kam zu mir und hat gesagt, ja, hier, Zoom Meeting habe ich so und so. Und ich habe mich gefragt, hä, was ist denn überhaupt Zoom? Zoom kannte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und so kam ich erst einmal damit in Berührung. Und dann muss ich sagen, habe ich in meinem Umfeld immer mehr von Zoom, dem Produkt Zoom als Videokommunikationssoftware gehört. Und irgendwann bin ich eben mal hingegangen und habe selber danach gegoogelt, ein bisschen gesucht, auf verschiedenen Finanzseiten natürlich auch Informationen. Und dann habe ich gesehen, okay, der IPO ist ja noch gar nicht so lange her. Ja, der war nämlich im April 2019 und das Unternehmen hatte sich bis dahin, ja, ich sage mal eher so seitwärts bewegt, ein bisschen hin und her gesprungen. Aber das Ganze hat mir eigentlich schon gefallen. Vor allem auch das Management, nämlich der CEO, der ist von Anfang an dabei gewesen, hat das Unternehmen gegründet und ist CEO. Das ist schon mal sehr, sehr gut und hält fast ein Viertel der ganzen Aktien am Unternehmen, also die mit Stimmrecht quasi. Und das ist schon mal sehr, sehr gut, denn das spricht immer dafür, dass ein Manager auch langfristig alles dafür tut, damit das Unternehmen gut dasteht. Denn auch er will natürlich nicht, dass der Aktienkurs nach unten geht. Und so hat er natürlich von Anfang an auch, ja, dieses Investorendenken, was wir als Aktionär einer Aktie natürlich auch, ja, zu 100% haben wollen. Und das Ganze hat mir eben gefallen und da habe ich gesagt, ja, damals bei Trade Republic übrigens, das war meine erste Aktie, glaube ich, bei Trade Republic, bin mir jetzt nicht ganz, ganz sicher. Ich habe nämlich den Broker einfach mal ausprobiert. Inzwischen mache ich da nicht mehr so viel über diesen Broker, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Und da habe ich die Zoom-Aktie, leider könnte man jetzt sagen, für nur ungefähr 800 Euro geholt. Aber letztendlich, ja, man kann immer nachher hinterher weinen. Es hätte auch in die andere Richtung gehen können und dann wäre es gut gewesen, wenn ich nur ein bisschen weniger Kapital da reingeschossen hätte. Und heute sind es dann eben etwas über 4000 Euro Stand jetzt. Das Ganze schwankt natürlich stark, denn dieses Unternehmen, dieses Wachstumsunternehmen unterliegt natürlich bei der Börse, ja, extrem abverkäufen, wieder zukäufen und so weiter. Man reagiert extrem auf neue Nachrichten, aber das ist vollkommen normal bei einer solchen Wachstumsaktie. So, und so bin ich quasi zu Zoom gekommen und habe mich da einfach mal eingekauft, weil mir alles andere auch gefallen hat. Und ich muss sagen, seitdem, klar, durch Corona bedingt natürlich auch, bin ich immer mehr mit Zoom in Berührung gekommen. Bis zu dem Status hin, dass ich eigentlich heute auch nur Zoom benutze. Ich war vorher eigentlich ein totaler Fan von Skype. Ich finde auch, dass Skype und Zoom sich jetzt nicht, ja, die ähneln sich in gewisser Weise ja schon. Also so große Unterschiede sehe ich da gar nicht. Aber irgendwie hat es Zoom geschafft, und das merke ich auch im Umfeld, ja, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr das auch so seht, hat es Zoom geschafft, eine Marke zu kreieren, die man irgendwie toll findet, die man cool findet. Und, ähm, ja, heutzutage macht man halt Videomeetings eher über Zoom, als dass man über Skype oder die neue Version von Microsoft über Teams quasi redet. Das ist ja die andere, die Konkurrenzsoftware auf Seiten von Microsoft. Und das ist immer ein sehr, sehr starkes Zeichen für ein Unternehmen, wenn man eben es schafft, eine solche starke Marke und somit auch letztendlich dann irgendwann eine so starke Kundenbindung hinzubekommen, siehe Apple, ja, dass man natürlich dann auch in der Lage ist, hohe Margen zu fahren. Die Margen sind ohnehin schon sehr hoch. Bei, ähm, Zoom, ähm, wir haben hier Bruttomargen von circa 70 Prozent, da muss ich auch mal kurz auf meinen Zettel hier schauen. Und, ähm, das ist schon hoch, klar, wir sind aber bei einem Softwareunternehmen, was dann normal ist, dass es so hoch ist. Und das Ganze kann sich natürlich auch noch steigern, wenn man so eine Marke hat und eine solche Kundenbindung. Und deswegen bleibe ich auch, soviel nehme ich jetzt schon mal vorweg, bleibe ich diesem Titel auch treu. Denn für mich hat sich nichts geändert im Vergleich zum Februar. Ganz im Gegenteil, ich wurde eher bestätigt darin, dass ich diese Aktie gekauft habe. Und die Aktie ist jetzt der, ja, beste Gewinner, den ich in meinem Portfolio habe. Und den werde ich bei Dolbecom raus behalten. Ja, vielleicht werden sie auf jeden Fall mal plus 1000 Prozent, weiß ich nicht. Vielleicht geht es auch wieder zurück, kann natürlich auch sein. Aber, wie ich gerade schon sagte, die Investmentidee, die ich damals hatte, die ist heute immer noch intakt. Die wird sogar noch übertroffen und dauernd bestätigt. Bei den letzten Earnings haben wir fast doppelt so viel Earnings per Share quasi gemeldet, als vorhergesagt war. Also man hatte auch schon vorhergesagt, dass das Earnings per Share eben ansteigt infolge von Corona. Aber man hat das ganz klar getoppt. Und die Prognose ist, jetzt mal vom Umsatz her, um zu sehen, okay, wie viel Wachstum haben wir denn hier? Wir sind im Moment bei 623 Millionen US-Dollar Umsatz in 2020. Und bis 2023 gehen wir hier auf 4 Milliarden US-Dollar. Und ich habe erst geschaut, okay, kann man jetzt irgendwie mit Pack Ratio und Co. fundamentalen Ansätzen irgendwie agieren. Nein, kannst du vergessen. Bei einem solchen Wachstum kannst du einfach nicht irgendwelche fundamentalen Ansätze heranziehen, um die Aktie zu bewerten. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen tappt man in gewisser Weise immer ein bisschen im Dunkeln bei solchen Werten. Und natürlich gehört auch irgendwo ein bisschen Glück dazu. Und deswegen würde ich auch keinem empfehlen, dass man eine solche Aktie hochgewichtet von Anfang an. Wenn sie sich dann dahin entwickelt, hat sie sich das in gewisser Weise verdient, wie bei mir jetzt. Inzwischen ist das auch ein größerer Wert in meinem Portfolio, ganz klar. Aber einsteigen würde ich in so einen Wert niemals mit höherem Kapital. Da gibt es einfach stabilere Werte, Qualitätsaktien, die schon seit Jahrzehnten auf dem Markt sind, denen ich einfach mehr Stabilität zutraue. Trotzdem sollte man natürlich aus diesem Wachstumssegment auch durchaus unterwegs sein, mal ein paar Aktien mitnehmen. Ja, und hier zählt einfach nach wie vor, finde ich, das meiste einfach, kennt man dieses Unternehmen, wie findet man die Produkte, traut man dem Unternehmen zu oder dem Markt zu, so viel Wachstum zu generieren, dass das Ganze auch noch in vier, fünf Jahren zu einem extrem großen Wachstum führen wird. Und das ist bei Zoom meines Erachtens ganz klar der Fall. Und ich möchte euch jetzt auch noch mal ganz kurz den Chart von Zoom zeigen. So sieht er aus. Man sieht eben eine sehr, sehr gute Entwicklung durch Corona begünstigt. Wir sind jetzt bei 421 Euro hier und ich bin damals hier eingestiegen bei, was war das nochmal, 80,40 Euro. Das war eben im Februar 2020. Wir sehen, die Historie ist noch nicht allzu lang. Wir sind davor so ein bisschen auf einem Niveau rumgedümpelt und seitdem haben wir eigentlich eine schöne Steigung. Also dieses Momentum ist auch, wenn wir jetzt ein bisschen kürzlich einen Abverkauf auch hatten, ist in gewisser Weise auch noch da. Und ich kann, charttechnisch würde ich jetzt mal sagen, wir sind in einem ganz klaren Aufwärtstrend und ja, warum sollte das nicht weiter anhalten? Ist natürlich kein Garant für irgendwas, aber wir sehen gerade jetzt, der Tech-Sektor, der boomt wieder. Wir haben steigende Covid-Zahlen in den USA, in Europa und so weiter. Und da würde so ein Wert natürlich wieder mal eine neue Beschleunigung quasi erfahren und das Ganze könnte noch mehr abgehen. Das heißt, KGV natürlich, jenseits von Gut und Böse ist es klar, aber ich sagte ja gerade schon, die normalen fundamentalen Ansätze helfen bei einem solchen jungen Wachstumsunternehmen einfach überhaupt nicht. Und jetzt will ich euch nochmal ganz kurz einen Chart zeigen und zwar, wo ich damals eingestiegen bin. Ja, so sieht die Welt dann aus, wenn man mal ein bisschen ranzoomt. Das, was wir gerade eigentlich als waagerechte Linie fast gesehen haben, sah eben vorher so aus. Das ist aber nicht ungewöhnlich für Unternehmen, die gerade den IPO hinter sich haben. Da ist einfach eine Schwankung da und da muss man einfach schauen, der Wert des Unternehmens muss quasi noch gefunden werden an der Börse, so könnte man es sagen. Und ja, jede Nachricht ist natürlich empfindlich für den Aktienkurs, ganz klar. Und deswegen muss man das Ganze ein bisschen gröber betrachten und nicht auf so kleine Kurslücken schauen, denn solche Werte sind traditionell natürlich hochvolatil. Ja, ich hoffe, du hattest was von dem Video. Wenn ja, dann gib mir doch mal ein Like und lass mir auf jeden Fall ein Abo da, bitte. Ansonsten hätte ich hier noch zwei Playlists, die du dir anschauen könntest. Ich freue mich, wenn du demnächst wieder am Start bist auf dem Kanal, auf dem Investiererkanal. Ich wünsche dir ansonsten alles Gute, viel Erfolg bei deinen Investments. Bis dahin, euer Sebastian. Tschüss.